Bei der dritten Sommertheateraufführung brillierten die Absolventen des Entlassjahrgangs 2017 der Staatlichen Artistenschule Berlin. Wie die Absolventen in den Vorjahren präsentierten auch diese Akteure, was sie in der Ausbildung gelernt haben. Wir haben wieder Besuch aus Berlin, zum dritten Mal in Dülmen, die Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin. Das Tolle ist, jedes Jahr kommen andere, neue, frische Absolventen, die zeigen möchten, was sie gelernt haben in ihrem Studium. On the Road, so heißt die neue Show. Es ist eine Spritztour mit tollkühner Akrobatik, feinster Äquilibristik und abwechslungsreicher Jonglage. In vielen kuriosen Geschichten, eingebettet in fantasievolle Choreografien, erzählen die Artisten von den Begegnungen auf der Straße, aus dem Alltag und über sich selbst. Die Erfahrungswerte zeigen, dass pro Jahr zwischen 8.000 bis 10.000 Menschen die Veranstaltungen des Dülmner Sommers besuchen. Angetrieben von der unbändigen Lust, auf den großen Brettern dieser Welt zu stehen, brechen die jungen Wilden auf und zeigen jeden Tag aufs Neue, dass ihr Weg das Ziel ist. So ein Text aus ihrem Programm. Am Ende tosender Applaus für die zwölf jungen Künstler. Mit ihrer Performance machen sie sich auf, ihren ganz eigenen Weg zu beschreiten, damit sich Türen zu Varietés, Theatern und Festivals für sie öffnen. Wohin der Weg führt, wird die Zukunft zeigen. Eines ist jedoch sicher. Die frischgebackenen Absolventen sind von nun an on the road. Eines ist jedoch sicher.